Das gescheitene letzten Episode von Let's Play and Do Shit in Saints Row the Third. Typ, du bist doch. Sorge für Recht und Ordnung. Drück ins Gas. Und jetzt geht es weiter. Wir sind wieder da, wir sind wieder da. Und herzlich willkommen bei Let's Play Tron 3.0. Tron the Third quasi. Der neue, das neue Lizenzspiel zum Disney Franchise Tron. Ich habe das Gefühl, die Panzer sind nicht aufgehoben. Ja, natürlich. Hm, du kannst es nicht sagen. Gee, danke. Ah. Ah. Oh, was ist das? Kann ich auch für irgendwas schießen? Alles weiß nicht, was das bringt. Oh. 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 Äh. Irgendwas haben wir richtig gemacht. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Aber wir müssen uns sagen. Also ich glaube, wir wiederholen das nochmal. Ich komme in die Aktivität wiederholen. Das war jetzt irgendwie interessant. Aber ich habe es nicht kapiert. Ob jetzt überhaupt irgendwas zu sagen. Wir sind irgendwie in was gefahren. Und das eine war gut. Das andere war schlimm. Trailblazing Activity. Checking Map for Locations. Ich würde sagen, wir fangen nochmal Trailblazing an, oder? Wir können von hier aus direkt wieder. Da geht die Frau vorbei. Und der Typ zeigt einfach mal den Mittelfinger im Vorbeigehen. Schon wieder. So. Okay, du checkst das jetzt nicht. Ah, hitting Decker-Targets while avoiding Firewalls. So, what's the point here? Meaning what, I just drive into things? Pretty much, yeah. Sounds simple enough. Kann ich abschießen? Mit welchen Button? Was? Ich muss so eine Kanonen, also ein Bläden-Maus-Rast halten. Ach so. Ach so, du schießt ja quasi und, oh. What are you doing? Shenanigans. Das gedrückt hat letztlich das halt so ein bisschen auf. Have you ever driven a motorcycle before? Of course. Hm, you couldn't tell. Gee, thanks. Geht gut aus. Eww. Einer muss jetzt noch. Wait, doch. Ja, ich glaube, wir haben das, äh, das war ja voll spannend. Ja. Okay, das war interessant. Was ist die nächste Trailblazing-Ak-tiv-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Die Oma hat uns hier verfolgt. Ja. Geh weg. Hau ihr die Autotür in die Wirbelsäule, ey. Okay, meine Güte. Oh, ich kann Cash sammeln. Cash in the cash. Nice. Okay, nächste Mission. Kinsey Mission. Ja. Mayham. Möge der Schinken mit uns sein. Das ist alles wie ich gerade ausfahre. Hast du spät gesehen, dass es nicht gerade ausfahre. Ja. Ja. Na dann. Okay. Ja, so much for that. Ja, so much for that. Carnage. 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 Was war das? Carnage. Was zum Geier. Das hat einer von den Raketenwerfer. Die Frage ist, warum hast du keinen? Ich weiß nicht, dass du keinen. nobody else can get seen, and that you can get an. Okay. Kommen. Okay. Okay. Okay, vat. Okay. 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 Oh mein Gott, ich wurde explodiert. Ich brenne. Alles halb so wild. Stell dich mal nicht so mädchenhaft an, ja? Danke. Ich hab mädchenhaft nicht gesagt. I didn't say that. Ihr habt nichts gehört. Gar nichts. Boom. Oh, ich bleib wirklich ein bisschen langsam. Hey, have fun cleaning that up! Boom. Wir haben noch massig Zeit. There's so much for that. Ich glaube es geht in der ersten Linie um Sachschäden. Du weißt, wer du mitest? Hahaha. Oh. Good to be back in action. Tudeloo. 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 Wenn...fragt die Briten. Boah. Putz. Ergibt das Sinn? Ne. Wahrscheinlich nicht. Some people just can't fight. Anything better this way. Kann man das noch hin? Also irgendwie habe ich langsam meine Zweifel. Das heißt, wenn ich nicht mal irgendwie mal... Ja, jetzt irgendwie kommt keine G. Jetzt haben wir... Ab. Knallballern. Vielleicht übersehen wir ein wichtiges Detail. Hey, wir haben unendlich Granaten. Haben wir ja... Da müssen wir uns gegen. Geht mal. Oh, wow. Das ist wieder so eine Ninja-Tussi. Gewesen. You lost to the best. Never fight your bestest. Oh. Nice. Ja. Bring ich sie auf den Karren also nochmal neu hoch zu jagen. Was ist mit dieser Tankstelle hier? Ja. Okay. Das geht. Hat aber... Kein Geld. Äh. Ah, das wird nie so alt. Irgendwas übersehen wir. Wir könnten uns einfach einen Panzer bestellen. Wir müssen es mit den Weapons Provided machen. Use more damage combos to score higher. Okay. Ja, toll. Wir können es ja mal mit dem Panzer versuchen. Ne, geht nicht. Ich kann Phone nicht benutzen. Interessant. Ja. So much for that. Any other arseholes need put down? Gotta love my job. Hut, 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 hut! Ah, dammit. Combo. Ah, dammit. Oh, ho, ho, wow. Combo. Oh. Ah, ah, ah. Er verfolgt. Er ist ein Genki-Typ, der verfolgt mich. Er macht gar kein Damage an dem. Und so aus, ich lege. Ah,valuation des Genki-Typ in das Pokemonust mammal werden. Da sind Good. Nu ist das, aber korrig das. Drricit Timあangt zu sein. Doppel. Ja, wir erwarten. Da haben wir an alleine. Das ist mein Job! Nichts wird mich aufgeladen! Oh wow! Achtung, Putz. Ich glaube, es ist schon effizienter mit den Granaten die ganze Zeit. Als irgendwas großartig. Auszurichten, anzurichten. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Und? Nein! Ah, das wird nie so alt. Oh! 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 ja, ich kann leben mit dem hmm get the fuck out of here boom das sieht gut aus oh, damn it come on viel zu flink weasel flink kann doch nicht sein ah, damn it what's that behinderste mission ever jetzt aber jetzt counter so, yeah so much for that of course just say oh this is where saints fall killing is so much fun combo counter von 60 das war doch erstmal solider was kriegst du so hin oh, wow jetzt haben wir nicht denselben combo counter weiß ich nicht haben wir noch noch still got it stay down so much for that Ah, das zählt nicht. Na super. Ziele außerhalb der Mission Area zählen nicht. Wie hat sich denn das ausgedacht? Also in der Hinsicht stimme ich ihm zu. Es ist entspannender als zu malen. Die rennt aber ganz gut ab, wenn sie brennt. Der Ninja. Geht doch. Schauen. Geht da was? Ja. Und da. Und da. Und da. Oh. Oh yeah. Gang Operation Discovered. Oh mein Gott. Brenne. Oh. Ja, das funktioniert. Geht die F*** aus hier! Oh, das ist therapeutisch. Bumm. So, was haben wir da? Sehr schön. Halt vom Auto ist hier. Jetzt nicht mehr. Schade. So. Komm schon. Ah, das funktioniert. Ich glaube... Ja, wir haben es geschafft. Unfassbare Missione. Und so wenig Geld. Nee, nee, nee. Okay. Next instance of disability activity. How about no? Heh. Serial. How about no? Oh, das ist nichts. I do this all the time. Damn, I feel good. You really sleep? Yeah, 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 whatever. I won't take this anymore. Sogar mit Passanten vergrauen. Ähm... Was hast du schon wieder angerichtet? Das hier. Ja, 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 ja. Das war mal eine gute Flucht. So. Und mit diesen bewegten Bildern verlassen wir euch für diese Ausgabe. Das war's von uns an dieser Stelle. Herzlichen Dank. Ähm... Fürs Zuschalten, Einschalten, Zuschauern. Das haben wir ja... Let's play and do shit in Saints Row the Third. Jonglieren mit Handgranaten für Fortgeschrittene. Und mein Gott, haben wir jongliert. Voll abjongliert. Voll abjongliert, übelst. Ähm... Hast du noch ein paar warme Worte an unsere Zuschauer? Äh... Nein. Ich bin so enttäuscht. Ja. Tanzen wir einfach mal ab zum Rest der Episode. Bis dahin, maletit, zum nächsten Mal. Tschau. Tschö.